Hallo und herzlich willkommen in der Reifenbahnsporthalle zu Sperin. Willkommen zum Heimspiel der Eijung des SV Grün-Weiß-Sperin gegen die Rheiningdorfer Füchse aus Berlin. Willkommen zum Heimspiel. Willkommen zum Heimspiel. Willkommen zum Heimspiel. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Er dreht sich an, aber er möchte er. Ich will die Meister! Alle Medien! Ich habe dich schon auf! Und runter! Das ist der zweite Mal. Der zweite Mal. Der zweite Mal.